Einen schönen guten Tag, mein Name ist Axel Schilder, ich bin der Office Managing Partner des Frankfurter Standortes von King & Spalding. Ich bin Seitenwechsel, ich war früher mal in der Finanzverwaltung, habe jetzt also einen ganz neuen Ansatz. So ganz neu ist er nicht mehr, ich bin mittlerweile über 25 Jahre Rechtsanwalt und Steuerberater. King & Spalding ist eine international und global agierende Anwaltskanzlei, die in allen Wirtschaftszweigen, wie man sich vorstellen kann, sektorenübergreifend tätig ist. Wir als Frankfurter Büro mit 35 Mitarbeitern sind insoweit im Universum der Kanzlei ein kleines Büro, empfinden das aber als Privileg, Boutique-Charakter zu Hause im Heimatmarkt zu haben, sehr familiäre, unterstützende Atmosphäre innerhalb des Frankfurter Standortes. Das aber eingebunden in einen globalen Ansatz der Kanzlei mit weltweit über 1400 Anwälten. Wir empfinden es insoweit als Privileg, weil wir eben das Beste aus zwei Welten vereinen können. Einen wirklich tollen Teamansatz im Frankfurter Heimatmarkt, das gepaart mit Internationalität der Kanzlei. Daraus wird letztendlich ein Erfolgsrezept. Das empfinden wir jeden Tag hier im Taunusturm, wo wir sitzen dürfen, mitten im Herzen von Frankfurt. Ja und im Herzen von Europa, das kennt man sicherlich auch, da spielt die Frankfurter Eintracht. Im Waldstadion draußen eine Leidenschaft, die viele unserer Kollegen hier verbindet. Mich insbesondere seit mehr als 15 Jahren durch eine Einbindung in einen Fanclub. Wir haben das auch promotet bei King & Spalding International und sehen, dass viele Kollegen mittlerweile auch aus den USA die Eagles, also die Adler, mitverfolgen. Wir haben das hier auch seit mehr als 15 Jahren durchgelegt. Untertitelung des ZDF, 2020